Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu einer neuen und weiteren Folge von Remworld. Weiter geht's. Weiter geht die Reise. Weiter geht das Abenteuer. Sorry, ich war gerade beim Überlegen. Okay, alles gut. Aber das passt. So, weiter geht's hier. So, wir reißen das ab. Ne, reißen wir immer noch nicht. Halt, Stopp. Hier fehlt hier noch eine Reihe, die habe ich ja gar nicht gesehen. Ja gut, wissen wir da Bescheid. Da müssen wir also gleich mal dran. So, wie sieht's denn allgemein aus? Das könnten wir mal eben machen. Wir haben da noch Sachen bestellt. Jo, einmal der, der kommt in dreieinhalb Tagen und das ist in elf Tagen da. Das ist doch sehr schön. Ähm, Noronoro. Noronoro. Warum wollen die nicht mehr Noronoro haben? Nee. Noronoro gibt es nicht. Ah ja, und wir haben ja Gäste aktuell. Stimmt, da war ja was. Ähm, die Gäste sollten aber eigentlich auch bespaßt werden. Unterhalten, da haben wir gar keinen. Ähm, das ist gut. Deswegen darf Nano dran. Weil alle anderen haben tatsächlich super schlechte Werte. Werte, okay, Werte. Mhm. Ähm, ja. Okay. Ähm, so, dann machen wir mal eben weiter mit unserer Planung. Ich weiß gar nicht, was wir geplant hatten. Ähm, auch schon wieder so lange her. Ähm, auch wieder fast eine Woche, wo ich aufgenommen habe. Ähm, so. Ähm, wir bauen eben unsere neue Küche zusammen. Was ist das hier eigentlich? Ach, okay. Er stirbt jetzt bald. Das ist gut. Kriegen wir mal wieder ein bisschen Essen. Ähm. Ja, da kommt er mit der besten Waffe. Guter Mann. Guter Mann. Päff, päff, päff. Wollte ich schon sagen. Er läuft einfach durch, oder was? So, dann können wir den auch noch erjagen. So, wir machen die Musik mal ein bisschen wieder leiser. Ähm, okay. Äh, gut. Also. Was ist unser Plan heute? Ähm, hat jemand mit dir inzwischen geredet? Nö. Doch, nö. Was ist denn mit Nano? Aufstehen, junger Mann. Bild mal Freundschaft. Ja. Genau. Oh. So. Jetzt sieht das ganze Leben doch schon mal ein bisschen... Ach, wie viel Materialien haben wir denn inzwischen? Alter Schwede, was ist denn hier passiert? Ähm. So, hier fehlt jetzt nur noch ein Block. Ähm. Dann wären wir damit auch fertig. Bedeutet also, wir könnten... Wir haben erstmal ein Stromproblem. Interessant. Ähm. Warte mal, die zwei. Die zwei. Und dann könnten wir... Die zwei machen. So. Okay, perfekt. Perfekt. Ähm. Haben wir hier eigentlich inzwischen eingestellt? Schrottschmelzen. Okay, haben wir. Warum wird denn das nicht gemacht? Oder wird das gemacht und ich krieg's nicht mit? Was wird da gemacht? Ah. Der recycelt... Da recycelt jemand. Hier wird fleißig recycelt. Ähm. Gibt das denn auch einen Wert wieder? Beguck mal ganz kurz. Ich würde gerne wissen, ob... Ob das... Ne. Gibt nicht. Okay. Gut. Oder auch nicht so gut. Ähm. Was liegt denn hier rum? Hä? Ah. Ah. Ist schon tot. Okay. Ist schon tot. Gibt ich's schon tot? Gut. Äh. Ich glaub... Ich glaub, diesmal wird es relativ ruhig. Ähm. Wir haben gerade nicht wirklich viel zu tun. Ähm. Wir haben keine wirklichen Bauaufträge. Die Bauaufträge, die ich gebe, die sind innerhalb ein paar Sekunden fertig. Deswegen können wir hier und dort mal so ein bisschen Wohnung bauen. Ähm. Wir haben eine Forschung am Laufen für... Was ist denn das überhaupt? Ach ja. Hier für diese Dingsbums. Ähm. Für diese Radiokonstruktion und so weiter. Das würde ich hier gerne bauen. Ähm. Keine Ahnung, für was das ist. Habe ich noch nie gesehen. Würde ich gerne mal testen. So, ähm. Die lassen wir arbeiten. Hier sind's auch schon am Arbeiten. Alles... Alles läuft so seinen Tag entlang, sag ich immer. Ähm. Oder, ne. Ganz gemütlich. Ganz chillig. Alles wird gut. Ähm. Jo. Das Ding ist auch noch nicht fertig, sehe ich gerade. Die Klimaanlage. Deswegen gucken wir mal, dass wir hier den Stahl abgebaut bekommen. Ah ja. Ah ja. Da sieht man den Unterschied zwischen gut und schlechter Drohne. Ähm. Schon gewaltig. Also, ist schon gewaltig, wenn man das sieht, wie zackig der da eigentlich wegbaut. Also, ist schon übel. Okay, aber egal. Das ist jetzt nicht unser Thema. Ähm. So. Wir kriegen ein bisschen mehr Strom. Und zwar 600 Watt mehr. 6,12,18 hier in der Reihe. Ähm. So. Was machen wir mit den Gefangenen? Ähm. Ja. Wieder. Sklavenpreis. Wir könnten ihn versklaven. Mal wieder. Aber das möchte ich eigentlich gar nicht. Ähm. Ähm. Hier. Was machen wir? Komm, wir lassen den frei. Scheiß drauf. Ähm. Was ist mit dir? Du hast alle möglichen Krankheiten hier, oder was? So. Ähm. Auch dich lassen wir frei. Wir sind freundliche Gastgeber. Hust, hust. Ähm. Ähm. So. Was ist jetzt? Es liegt ja jetzt da rum und stirbt jetzt hier, oder was? Scheiße. Äh. Okay. Das ist nicht so gut. Gut. Dann, ähm. Würde ich gerne das da einmal bauen. Dann würde ich gerne... Jetzt muss ich nur mal gucken. Das hier, glaube ich, ist es. Yep. Das da gerne bauen. So, das ist nämlich dann der, der Umweg, also der letzte Weg, den wir da noch einschlagen müssen. Ähm. So. Die hier könnten eigentlich alle mal weg. Die brauchen wir hier nicht mehr. Okay, das dreht ja super schnell hier. Also, ähm, ja. Ich sag ja, die Bauroboter oder beziehungsweise die Omni, die machen ja schon gut was weg, muss ich sagen, ne? Oh, guck mal, wir kriegen Geschenke. Sehr gut. So, wir haben das Radio fertig. Ähm. Da würde ich jetzt tatsächlich wirklich mal gucken. Also, das ist einmal dieses, dieses komplette Ding hier. Ähm. Ich würde das Ding einfach mal hier hin bauen. Dann, äh. Was ist denn das? Okay. Das hier hin. Das da hin. Ich würde einfach mal wissen, was es ist. Ich hab's, kenn's nicht. Ich kenn's ja wirklich nicht. Ähm. Wir schauen einfach mal, was es gibt. Oder gibt. Oh, die Klimaanlage ist fertig. Kaum zu glauben. Aber, waaah. Hatten wir jetzt eigentlich schon alles mit Klimaanlagen ausgestattet? Da ist einer. Da ist keiner. Okay. Aber ich vermute, wir können dann die Heizungen abbauen, ne? Ich vermute, wir können die Heizungen abbauen. So, ähm. Wie sieht's da aus? Die sind fertig. Wie sieht's hier aus? Die sind auch fertig. Mehr oder weniger. Ähm. Das bedeutet eigentlich, wir könnten diese Linie hier auch eben wegmachen. Warum hast du eigentlich ein Fragezeichen? Handeln. Möchtest du noch mit mir handeln? Halt, 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 halt. Stopp. Uff. Der war knapp. Ähm. Hast du? Oh, du hast gar kein Geld mehr. Du hast einen Silberlinken mit. Damit kann ich halt nichts kaufen bei dir. Tut mir leid. Aber das ist ein bisschen wenig, ne? So, okay. Die machen eben hier. Zap, zap, zap. Zarap. Und machen uns da alles fertig. Ähm. Das ist gut. Überfall. Oh, gar nicht gut. Oh, gar nicht gut. Glaube ich. Oh, nein. Okay, äh. Einen Augenblick. Wir. Deaktivieren wir eben alles. So. Dass die alle reinkommen. So, dann gucken wir mal, was jetzt hier abläuft. Die laufen alle schön in die Fallen rein. Das ist doch schon mal sehr gut. Was machst du? Nein, 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 nein. Du bleibst hier. Okay. Da sind die ersten Kabuto. Äh. Dich brauche ich. Du bist jetzt gleich mein Mann. Um hier aufzuräumen. Dann bleiben wir hier stehen. Könnte nämlich sein, dass einer von denen hier da tatsächlich durchschafft. Was ich eigentlich nicht glaube. Okay. Ist nämlich auch so. Okay. Und dann stellen wir uns doch mal ganz kurz. Oh. Das ging schnell. So, warte mal. Dann erledigen wir die auch noch. Oh, diese Waffe. Oh, diese Waffe. Okay. Okay. Außer, dass er nicht trifft. Ist alles so easy. Okay. Dann könnten eigentlich alle wieder arbeiten. Viel Spaß. Aus. So. Viel Spaß. Ähm. Wir haben ja eigentliches zum Aufheben. Und einiges Hupala zum Neubauen. Oh. Das ist cool. Okay. Das ist gut gelaufen. Ähm. So, wir machen noch eben den Step hier. Okay. Ähm. Ja. Das ging schneller als erwartet, würde ich sagen. Ähm. Wir ziehen die natürlich alle wieder aus. Hat den Hintergrund, dass wir, ähm. Die recyceln die Sachen, die da so rausploppen. Ähm. Ja. Kriegen wir ein bisschen Rohstoffe zusammen. Also nicht nur ein bisschen, sondern ein bisschen viel, wenn man hier mal durchguckt. Ähm. Und hier liegt auch noch so viel Kram eigentlich rum, was man recyceln könnte. Okay. So, was ist jetzt hier mit dem Ausziehen? Knicks. Habt ihr keinen Bock, oder was? Hup. Da ist irgendwo gestorben. Da oben. Alpaka ist tot. Jibbi. Okay, ähm. Ich mach gerade sehr schnell, ähm. Dass es ein bisschen zackiger geht. Dass das hier fertig wird. Ich weiß auch nicht, warum. Das hat gerade so lange, also was heißt so lange dauert es? Das dauert nicht lange, aber. Ah, okay. Jetzt fangen sie an. Ähm. Warum zieht die eigentlich keiner aus? Ich frage hier nur gerade. Also da oben wird Holz gefärmt. Alles gut. Aber ausziehen tut die hier keiner, oder was? Was ist denn da los? Entkleide. 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 Nee, nicht bewaffnet. Du sollst sie entkleiden. Alles muss hier entkleidet werden. So. Okay. Haben wir sie dann alle? Ich hoffe doch. Kocht üppige Mahlzeit. Warum kochst du denn jetzt eine üppige Mahlzeit? Wo willst du denn jetzt hin? Was willst du denn jetzt mit dem Ei? Junge, du sollst... Ach. Du Hampel. Du sollst sie alle entkleiden. Jetzt kocht er deine Mahlzeit. Jetzt frisst das aber dann noch, oder was? Wollte ich schon sagen. Das ist aber bald mal gut. So. Der und der. Hier noch einer. Dort noch einer und da. Okay. Jetzt haben wir es alle entkleidet. Somit können nämlich die Bots die auch wegfahren. Wir haben hier eine Absturzstelle. Was ist denn der Omni jetzt gestorben? Wurde erstochen. Aha. Aha. Interessant. Äh. Wir sind kaputt. Hä? Ja, ja. Äh. Kann nur... Hä? Ah. Ja. Äh. Reparieren. Äh. Wer war der Handwerker hier? Ich... Ich ver... Äh. 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 Reparieren. So. Dann ist das auch wieder easy. Ähm. Hier liegt jetzt natürlich super viel Kramer wieder. Aber das wird nach und nach jetzt abgebaut. Äh. 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 Was ist hier mit recyceln? Was ist hier mit recyceln? Was ist hier mit recyceln? Recyceln? Die sind doch was wert, oder? Äh. Okay. Doch nicht. Ähm. Die anderen waren was wert von diesen... Von diesen krummigen Dingelbummel da. Ich weiß nicht, warum die alle Jale mit hatten. Also. Ich habe ja hier wirklich Unmengen Jale liegen. Warum hatten die alle Jale mit? Also. Hä? Verstehe ich nicht. Vor allem Jale ist ja relativ teuer. Äh. Das Stück 5 Dollar. Also haben die mir ja eben 5.000 Dollar hier hingelegt. Äh. Nicht 5.500. Ja. Wenn man will. 750. Aber... Aber... Hä? Ich... Manchmal... Manchmal verstehe ich dieses Spiel nicht. Also. Hm. Oh. Okay. Ich sehe da was. I see something. Äh. Leute. Wir sollten natürlich dann auch... Wenn wir hier schon alles fertig bauen. Vielleicht. Aber nur... Aber nur ganz vielleicht die Fallen dann auch aufbauen. Also. Wäre cool. Weil hier können sie jetzt gerade ungeschoren durch. Nur mal so. Nur als Hinweis. Ähm. Haben wir noch Holz hier irgendwo? Hier ist noch ein bisschen. Da ist noch ein bisschen. Wir brauchen Holz. Ähm. Hilfe. Es wäre schön, wenn ihr hier irgendwas machen würdet. Auf der Seite. Bitte, bitte. Also. Diese Seite ist jetzt komplett offen. Alter Schwede. Ähm. Und das andere ist... Hier ist noch ein bisschen Eisen. Das würde ich dann auch nochmal eben versuchen da weg zu meinen. Ach. Ah. Ah. Natürlich. Das macht ihr dann sofort, oder was? Aber für alles andere lasst ihr euch Zeit, oder wie? Ähm. Könnt ihr hier bitte, bitte, bitte ein paar Fallen bauen? Nicht nur die Seite. Bitte die Seite auch. Die ist wichtig. Weg. Da sehe ich noch eins. Da sehe ich noch einen Stahl. Da sehe ich noch einen Stahl. Das machen wir natürlich weg. Äh. Ja. Wir payen natürlich unseren neuen Omni. Da läuft er gerade schon. Sehr geil. Okay. Unser neuer Omni ist auch wieder da. Ähm. Das heißt, mir fehlt jetzt nur noch das Ding. Für 1500. Also wir haben 2000 Silber. Wo willst du denn hin? Ja. Bau es am besten an... Ach mein Gott. In Besitz nehmen. Versetzen. Ähm. Ähm. Wo war ich jetzt? Scheiße. Äh. 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 Kommt gleich bestimmt wieder. Gib mir nur eine Minute. Ähm. Was wollte ich denn sagen? Hm. Ich bin verwirrt. So. Okay. Auf dieser... Auf der Seite wird jetzt auch eigentlich gebaut. Ähm. Ich weiß immer noch nicht, was ich sagen wollte. Aber das ist okay, oder? Äh. Manchmal... Manchmal verkehrt sich halt Sachen. Oh. Da ist... Oh. Äh. Hallo. Äh. Unser bester ist jetzt Nano eigentlich, oder? Genau. Nano darf handeln. Nano darf handeln. Eigentlich mal ein Händler, der mir passt. So. Ähm. Die haben nämlich meistens relativ gut Kohle mit. Und er hat auch relativ gut Kohle mit. Und vielleicht hat er noch so eine Steelwaffe. Äh. Wir gucken mal, was er so ihm angebot hat. Nee. Den würde ich nicht. Die Muntermacher können auf jeden Fall weg. Das kann weg. Äh. So. Was hast du denn? Oh. Aha. Da wäre tatsächlich eine im Angebot. Für 2000. Für 3000. Ich glaube, ich würde sie mitnehmen. Techplan Ox. Hm. Wäre mir jetzt nicht bekannt, dass ich jetzt brauche. Äh. Ich verkaufe ein bisschen Gold. Und ich verkaufe ein bisschen Hightech. Davon haben wir nämlich auch so viele. So. Ähm. Ich verkaufe noch ein bisschen Gold. So. Bis 300. Und dann kriegen wir nämlich 600 Gold von ihm. Äh. Sonst können wir nichts verkaufen. Tut mir leid. Aber. Das müsste doch dieselbe Waffe sein, die er wäre jetzt auch. Ja, genau. Okay. Perfekt. Das bedeutet, wir haben... Wen haben wir denn hier noch als... Als guten... Oha. Okay. Er kriegt die. Auf jeden Fall. Die darf weg. Oh, die kriegt er auf jeden Fall. Klack. Geil. So. Er geht nämlich jetzt auch ballern. Sehr gut. Sehr gut. Da kann jetzt geballert werden. Ähm. Das finde ich sehr gut. Ähm. Ähm. Das ist sehr gut. Okay. Somit ist der erste Tag auch schon wieder vorüber. Fortschritt bis zum garantierten Fund. Bauteile. Okay. Interessant. Interessant. Äh. 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 Schick sie weg. Ah. Okay. Weil die Outlanders hier sind, haben sie natürlich Angst, hier reinzukommen. Ähm. Die hier. Ich weiß gar nicht, was die hier wollen. Was wollt ihr denn? Du kannst weg. Hm. Okay. So. Trotz alledem. Okay. Ähm. Sieh jetzt zurück. Äh. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen angenehmen und schönen Tag. Und vielleicht sieht man sich in der nächsten Folge wieder. Und sage bis dahin. Tschüss.